Einsatztrupp, wir müssen uns um eine Angelegenheit kümmern. Morphorn hat sich bereit erklärt, den Strike zu betreuen. Die dürfen sich den Waffentypen zur Brust nehmen? Du hast gesagt, ich darf das machen! Das war gelogen. Viel Glück, Einsatztrupp. Die Tür ist entregelt, aber ich bin nicht durchgekommen, ohne den Hauptalarm auszulösen. Hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber ich bin ja nicht da unten. Ach komm, wie schlimm kann denn der Alarm sein? Sehr schlimm. Das war's. Danke, dass Sie den Panzer aus dem Weg geräumt haben. Auf zur Solarbrennstoffzelle. Ich fass es nicht, du hattest recht. Sie hat sie genommen. Das hätte ich auch so gemacht. Das hätte niemand machen sollen. Gute Arbeit. Das sollte die Barriere deaktivieren. Ich könnte Thinok immer noch nicht finden. Normalerweise werden Kabale gern gefunden. Dieser Kerl ist kein typisches Weltraum, Rhinozeros. Seine Waffen sind auch nicht übel. Diese Waffen haben einigen guten Leuten das Leben gekostet. Oh, versteh mich nicht falsch. Er verdient, was dieser Einsatztrupp mit ihm anstellen wird. Das tun sie alle. Das Schiff ist immer noch hier. Nach Thunos hat es Thinok übernommen. Ich dachte, er würde es Chartreuse lackieren, damit es zur Rüstung passt. Bitte, welche Farbe? Äh, nichts. Wir sind wieder im Schiff. Aber Thunok kann nicht mehr weit sein. Da könnten seltsame Verteidigungssysteme drin sein. Nicht nur Flammengeschütze. Ich meine, echt seltsam. Ich fand den Laden hier besser, als noch kein Kabal-Panzer hier war. Hör auf mit dem Quatsch. Sie müssen sich konzentrieren. Warum haben die denn einen Panzer im Schiff? Weil Thunok Schiss hat. Nicht nachlassen, Einsatztrupp. Dieser Panzer steht zwischen uns und Bragus Thunok. Ich finde, du solltest diesen Panzer in die Luft jagen. Ein wahrer Meistertaktiker. Ich finde, du solltest diesen Panzer in die Luft jagen. Ich finde, du solltest diesen Panzer in die Luft jagen. Ich finde, du solltest diesen Panzer in die Luft jagen. Das war's. 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 Das war's.